Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge für The Beast Beyond. Was geht ab, meine lieben Damen und Herren? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Beyond. Wir sind wieder hier am Start und heute gibt es tatsächlich, kann man es denn irgendwie glauben, ein bisschen weniger Technik als sonst. Denn wir werden uns heute ein bisschen um Dekorationen kümmern. Ihr wolltet ja, und ihr habt sehr viel in die Kommentare geschrieben, dass wir hier wirklich eine Kühlung einbauen. Und dementsprechend habe ich hier drüben schon mal was vorbereitet und zwar ein bisschen Jellet Cryothium mit Chisholm Bits, das hier in dem Tank drin ist. Es funktioniert jetzt, erstaunlicherweise, denn es hat kurze Zeit lang nicht funktioniert. Und das lag dann eben so daran, dass man hier praktisch durchgucken konnte. Ich kann euch das mal zeigen. Denn wenn man hier runter geht, dann seht ihr vielleicht, man sieht hier den Kern trotz den ganzen Sachen. Also man sieht die durch die Flüssigkeit, was sehr doof ist. Und so war das auch teilweise mit der Flüssigkeit. Das heißt, wenn man hier reingeguckt hat, dann hat man irgendwie so komische Flecken gehabt, wo immer durchgeschimmert haben und sowas. Jetzt funktioniert es und das ist wieder sehr cool. Und wie gesagt, heute werden wir uns ein bisschen um Deko kümmern. Das heißt, wir werden vielleicht hier ein bisschen was schöner bauen. Mal gucken. Ansonsten das zweite Reservoir werden wir natürlich auch noch anders machen. Dann machen wir eine zweite Flüssigkeit rein. Hier genau dasselbe. Hier machen wir so ein paar Tropfen, die von oben runter kommen. Wir machen hier natürlich noch eine Decke obendrauf, so gesehen, damit die Flüssigkeit auch nicht noch voll ist und nicht nur hohl. Ja, was gibt es noch? Hier drüben würde ich gerne noch ein bisschen was machen. Mal gucken, was wir hier noch mit reinbauen. Oben unseren Kern würde ich auch gerne mal fertig bekommen. Mal gucken, ob wir das heute noch dazu schaffen. Und ich glaube, das war sogar schon fast alles. Ich gucke mal, was mir so on the fly noch einfällt für die heutige Folge. Ansonsten schnappen wir uns gleich erstmal ein paar Dinge. Und zwar brauchen wir einmal unser Chisel and Bits Water Ding. Und das ist dieses hier. Chisel and Bits Fluid Tank. Äh, Chisel and Bits Fluid Bit Tank. Okay. Und dann brauchen wir noch Chisel and Cuteum. Zack, dann nehmen wir uns diesen Bucket. Und dann packen wir das einfach hier rein, klicken hier mit Rechtsdick drauf. Und dann kriegen wir praktisch die ganzen Bits hier raus. Ich habe leider keinen Bit Bag gerade, aber die ist auch nicht super schlimm. Und, äh, ich wollte schon öfter mal zeigen, wie das denn eigentlich funktioniert. Chisel and Bits. Aber theoretisch ist es einfach, wir bauen in sehr, sehr klein. Das heißt, ihr habt hier diese Bits, die, ähm, 16 von den normalen Bits einnehmen. Und man, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob 16 oder 18 sind. Und dann könnt ihr die eben ganz normal hinsetzen. Ihr müsst halt praktisch denken, okay, das ist jetzt so lang wie, äh, so groß wie ein normaler Block, aber halt eben klein, sag ich mal. Und hier seht ihr auch wieder, was ich davor meinte. Dass man die Flüssigkeit hier durchziehen kann. Wenn wir das jetzt so setzen, ich habe hier gerade den Modus Line ausgewählt. Dann, äh, werden wir das Ganze... Oh, jetzt sieht man es auch wieder. So wie das jetzt hier gerade aussieht, so war das gestern die ganze Zeit. Und das gefällt mir natürlich absolut gar nicht. Deswegen, ähm, ja, müssen wir das irgendwie wieder wegbekommen. Also das wäre relativ gut, wenn wir das schaffen. Ich weiß nicht, ob wir... Äh, oh, ich habe keine Chisel. Lol. Äh, Chisel, 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 Chisel. Ich hoffe, wir kriegen das gleich so schön wieder weg. Ich gehe lieber mal auf Draw Region und mache das dann so ein bisschen weg. So in etwa. Aber jetzt schimmert das immer noch so komisch. Na, okay. Wir wollen das mal ganz kurz zu Ende und gucken mal, ob es dann immer noch genauso bleibt. Ähm, theoretisch können wir eigentlich auch auf Draw Region bleiben. Und dann... Ups, hier stellen wir auch auf Draw Region. Und dann können wir das hier einfach mal ausmalen. Wir können jetzt also praktisch hier diese Ecke nehmen. Und die nach hier drüben irgendwo dran ziehen. Ich sag mal hier in etwa. So, zack. Und jetzt haben wir hier so zwei großen Biken. Und ihr seht auch jetzt wieder hier. Das schimmert immer so komisch. Ja, einfach, äh, schimmert komisch. Und das war eigentlich so der Grund, warum... Warum ich die Flüssigkeit erst nicht wollte. Aber jetzt funktioniert sie ja scheinbar wieder. Und wenn sie so bleibt, dann wird das natürlich sehr, sehr cool für uns. Denn dann können wir das damit auf jeden Fall bauen. Okay, dann mach ich mal ganz kurz hier den Deckel oben drauf. Und dann gucken wir, ob es dann immer noch so ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das geschehen ist. Okay, der Deckel ist zumindest schon mal drauf. Aber wie ihr seht, die Texturen sind immer noch ein bisschen kaputt. Das war eben genau das, wie gesagt, was ich gestern meinte. Dass man hier immer wieder so durchgucken kann. Es sieht komisch aus. Nachdem ich reconnectet hab, das heißt, äh, als ich gerade hier drauf gekommen bin, hat das alles wieder funktioniert. Deswegen hoffe ich, dass es das nächste Mal auch wieder funktioniert, wenn wir reconnecten. F3 und A habe ich schon probiert. Äh, probiert. Äh, das funktioniert leider nicht. Äh, was mach ich hier gerade? Genau. Ähm, aber vielleicht funktioniert es ja wieder beim reconnecten, wie gesagt. Ansonsten kümmern wir uns jetzt darum, dass wir hier so einen kleinen Strahl nach unten bekommen. Ähm, der Strahl wird relativ gerade verlaufen, würde ich fast sogar behaupten. Das heißt, wir schnappen uns hier mal ganz kurz die Mitte. Äh, wenn wir die ungefähr rausbekommen. Ich glaube, die ist eher hier, ne? Das müsste die Mitte sein, so ziemlich. Ähm, und dann geht hier praktisch einfach der Strahl nach unten. Äh, natürlich erstmal so ein kleiner Kern, den wir hier in der Mitte haben. Der nach unten geht. Und dann können wir das irgendwie noch ausschmücken. Aber ich glaube, selbst wenn es gerade nach unten geht, dann sieht es nicht schlimm aus. Ich meine, normalerweise wird es auch noch gerade nach unten gehen. Also können wir das, glaube ich, sogar so lösen. Dann holen wir uns einfach nochmal ein paar mehr und bauen hier das Ding noch fertig. Und dann können wir uns gleich dem nächsten Ding widmen, was ja dann praktisch, ups, äh, was ja dann da drüben im Reservoir stattfinden wird. Und there we go! Unser Ding fließt nach unten. Das sieht also nochmal sehr, sehr schön aus. Jetzt packen wir oben drauf wieder unseren Deckel. Zack! Und dann wäre das Ding damit auch abgeschlossen. Nobody Chunks nur laden, bringt leider immer noch nichts. Aber, so wie sieht unser Reservoir jetzt praktisch aus. Wie gesagt, die Texturen werden sich hoffentlich noch ein bisschen fixen, wenn wir da das nächste Mal reinkommen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um das nächste Reservoir. Und das ist dieses hier. Und das werden wir auch komplett voll machen. Das heißt, ähm, das wird einfach, ja, bis ganz nach oben hingefüllt. Ich glaube, wir benutzen dafür Destabilized Redstone oder, ähm, Glowstone. Aber Glowstone wird wahrscheinlich ein bisschen schwer. Deswegen Destabilized Redstone klingt, glaube ich, schon mal ganz okay. Ähm, kriege ich die Flüssigkeit ja eigentlich wieder raus? Ne, dann bauen wir das einfach mal ab. Ähm, dann ist es weg. Sehr gut. Und jetzt holen wir uns hier Destabilized Redstone. Diesen wunderbaren Bucket. Nehmen uns hier von die Bits. Und dann machen wir genau dasselbe. Ähm, die Sachen außen habe ich praktisch einfach so gemacht. Wir gehen auf Connected Material. Und klicken dann einfach hier diese Scheibe an. Okay, wir bräuchten natürlich ein paar mehr Bits dafür. Ähm, aber ja, ich klicke einfach die Scheibe an. Und dann übernimmt praktisch das Destabilized Redstone. Beziehungsweise die Bits davon direkt die Form von, äh, von dem Objekt, auf das ihr klickt. Das heißt, wir nehmen wirklich nur das hier mit. Genau dasselbe hier. Jetzt müssen wir hier gucken. Hier haben wir, ähm, noch einen kleinen Abstand mit dazu. Der dazu mitgenommen werden muss. Und auch hier haben wir das gleiche Problem wieder vor. Wir können hier ein bisschen, ja, in die, in die hinteren Sachen reingucken. Aber, lieber Stell vor, ich würde es einfach mal fertig bauen und reingucken, wie es dann aussieht. Und wenn es immer noch scheiße aussieht, dann können wir es, äh, später immer noch verändern. Okay, so sieht das Ganze aus. Ich habe gerade nochmal neu gestartet. Das dauert ja immer irgendwie 10 Minuten oder so. Super lange auf jeden Fall. Aber, jetzt sind die Texturen wieder normal. Das heißt, wir haben hier drüben unser Cellic Criotheum oder Criotheum, das hier schön reinläuft. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus ohne die verbackten Texturen. Und sieht halt wirklich aus, als wäre hier ein halbes Reservoir voll mit dieser Kühlung. Und auf der linken Seite haben wir Destabilized Redstone. Allerdings würde ich hier gerne das Glas austauschen. Denn, ähm, die beiden Reservoirs bestehen ja hier aus Light Blue Stained Glass. Und ich glaube, ich werde die zu White Stained Glass austauschen. Das heißt, ähm, zu dem, das wir auch hier benutzt haben. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es bei Cellic Criotheum benutzen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil da passt die weiße Farbe so ein bisschen. Ähm, äh, die blaue Farbe natürlich, meine ich. Ähm, und hier drüben bei Rot. Gut, wir könnten entweder irgendwie Red Stained Glass oder Light Red, wenn es das gibt. Keine Ahnung. Oder eben weißes Glas benutzen. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall auch noch umbauen. Äh, ich glaube, ich mache das sogar mal eben. Und, da haben wir es auch schon. Ging ja mal super schnell. Wir haben jetzt hier alles in rotes Glas verwandelt. Sieht auf jeden Fall sehr viel besser aus, wie ich finde. Die Texturfehler fallen durch das rote Glas nicht so auf, was sehr, sehr cool ist. Das heißt, das ist ein großer Vorteil davon. Wenn man weiter weg geht, allerdings wird das Rendering ein bisschen komisch von beiden. Ihr seht, hier oben sieht man dann, ähm, auch irgendwie komisch in das Glas. Wird hier mit rein. Na, na, na. Nur mal gucken, ob wir das so lassen oder ob wir irgendeine Lösung dafür finden. Wenn ihr eine kennt, super gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, theoretisch habe ich das einfach nur rauskopiert. Die blauen durch rote Blöcke ersetzt und dann wieder reinkopiert. Und das werden wir gleich nochmal ein bisschen anders anwenden. Denn, die Reservoirs lassen wir jetzt erstmal so. Was die Leitungen in der Base angeht, habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Da müssen wir mal gucken. Ich will es auch nicht zu übertrieben, äh, zu übertrieben machen. Das heißt, wir wollen nicht überall richtig dicke Rohre haben. Sondern nur ab und zu mal ein paar, die so ein paar Akzente setzen. Vielleicht hier oben in der Ecke oder so. Gucken wir da mal. Ansonsten kümmern wir uns endlich mal um unseren Core. Der ist ja auch noch hier. Und der sieht nicht so gut aus. Das heißt, hier ist irgendwie Glowstone mit drin, der eigentlich schon lange hätte abgebaut werden sollen. Ähm, dann haben wir unseren Core. Wir haben super viele Wireless Charger hier. Irgendwas dran geklustert. Darum kümmern wir uns gleich. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, den Core hier auszubauen. Das heißt, ähm, ich will einfach diesen, der das Teil, das wir unten haben, oben auf den Core drauf machen. Damit das eben so eine Art Kapsel wird. Mal gucken, ob mir das so gefällt. Das, äh, ja, könnte sein, dass es mir gefällt, könnte aber auch nicht sein, dass es mir gefällt. Und wenn es mir nicht gefällt, dann bauen wir es wieder um. Ansonsten lassen wir es erstmal so. Da wir das ganze Ding jetzt praktisch flippen wollen, ähm, können wir hier für einen Mirroring Pattern benutzen. Das heißt, äh, wir können es ja nur in einer Achse drehen, so gesehen. Aber wir können das Ganze nicht in die gespiegelte Achse drehen. Macht das Sinn? Ich glaube, ja. Äh, deswegen spiegeln wir jetzt einen Teil. Wir nehmen uns als Beispiel einfach mal diesen Bogen. Ich glaube, bei dem kann man es am besten sehen. Denn wenn wir uns den jetzt einfach mal kopieren würden, ähm, dann seht ihr natürlich, wenn wir den jetzt hier irgendwo aufstellen, der Bogen geht immer nach unten. Das heißt, äh, kann ich den irgendwie, ach ja, ich kann den ja drehen, damit ich es euch besser zeigen kann. Äh, wir haben oben das Gerade Teil und dann geht der Bogen nach unten rechts. Oder eben, ja, er geht immer nach unten. Der Bogen wird nie oben sein, egal wie wir das Ding drehen. Und dafür gibt es das Mirroring Pattern, beziehungsweise das Mirroring Chisel Design. Und mit dem könnt ihr einfach von der Seite gucken, von der ihr kopieren wollt, beziehungsweise von der ihr spiegeln wollt. Das heißt, wir gucken von unten, wenn wir es nach oben spiegeln wollen. Klicken hier drauf, dann craften wir das Ganze mit einem Positive Chisel Design zusammen. Und jetzt haben wir hier das Pattern, wo unser Bogen praktisch nach oben geht. Was man auch sehen kann. Ja, jetzt sieht man es auf jeden Fall. Genau, jetzt geht der Bogen nach oben. Und das werden wir jetzt praktisch einfach mal bei dieser kompletten Kuppel machen, damit wir die Kuppel von unten auch oben drauf haben. Und dann kümmern wir uns später auch um den Kern. Denn da fehlt natürlich auch noch einiges. Mal gucken, wie viele Blöcke wir hier überhaupt reinbekommen. Innen drin, denn da müssen ja auch noch irgendwie, ja, der E-Kern muss da noch mit dazu. Die ganzen anderen Sachen untergebracht werden. Das wird auf jeden Fall noch interessant. Ansonsten machen wir das jetzt mal und dann sehen wir es auch nach dem Fingerschnipp wieder. Okay, ja, holy moly, das hat wieder so lange gedauert, dieses Ding umzubauen. Aber wir haben es geschafft. So sieht unsere Kapsel jetzt so gesehen aus. Unser Wireless Brain, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Theoretisch könnten wir das Kabel oben sogar wegmachen. Aber es passt irgendwo, dass da so eine Connection nach oben noch ist. Ich denke, ich werde doch so ein paar Sachen mit Chisels und Bits bauen, die dann praktisch die Kapsel hier oben an die Decke verbinden. Das heißt, hier irgendwie nochmal so ein Arm, der nach oben geht. Und das eben von allen Seiten, dass es irgendwo doch ein bisschen realistischer gehalten wird, als von diesem Mini-Kabel. Den Kern haben wir umgebaut, das sieht auf jeden Fall sehr nice aus und ist auch viel kompakter geworden, als gedacht. In der Mitte haben wir einfach den ME-Controller hier drin stehen und dann haben wir an der Seite überall die Wireless Connector. Hier haben wir noch ein Private Access Terminal. Wir haben hier ein Interface und darunter eine Chest. Und wir haben, ja gut, hier unten genau dasselbe Wireless. Hier haben wir unseren Quantum Enten Globre. Hier haben wir unseren Wireless Access Point. Und so gesehen passt damit jetzt alles. Also, so geht es halt jetzt aus. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als zuvor. Wie gesagt, das Kabel oben müssen wir irgendwie noch verstecken oder irgendwie verkleiden, damit es ein bisschen cooler aussieht. Und damit sind wir jetzt so gesehen ready to rumble, würde ich einfach mal fast behaupten. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool geworden. Aber wie gesagt, hat auch relativ lange gedauert. Ich habe das Wasser innen drin auch noch gemacht. Das hat auch noch ewig gedauert. Ihr seht vielleicht hier, ja, sieht man, da läuft wieder eine Schicht von Chis'n Bits mit Wasser hier runter. Das heißt, außenrum hier komplett überall, als wäre der Kern eben gekühlt. Ich meine, wenn man hier oben reinguckt, dann sieht man zwar, dass es nicht so ist, aber wenn man von außen guckt, dann sieht es eben so aus, als wäre dieser Kern innen drin irgendwie gekühlt oder sowas. Und für die Leute, die es nicht wissen, es sieht zwar jetzt nicht mehr ganz so krass aus, aber dieses Teil sollte eigentlich mal der, wie heißt das Ding nochmal, von Iron Man, der komische Kern sein, den er in seiner Brust hat. Ich hatte mir da so ein Referenzbild rausgenommen und das wollte ich dann eben nachbauen. Deswegen ist auch zum Beispiel dieses löchrige Ding hier innen entstanden. Ich gucke mal, ob ich das Bild noch finde. Wenn ja, dann blende ich euch das ein. Dann könnt ihr euch vielleicht ein bisschen besser vorstellen, was ich hier meinte. Wenn man von unten guckt, sieht man es vielleicht auch ein bisschen besser mit dem weißen Ring hier, dann diesen innen drin. Mir fällt nur gerade nicht mehr ein, wie das Teil heißt. Aber ist ja, glaube ich, auch nicht so super schlimm. Hoffe ich auf jeden Fall mal. Gut, an dieser Stelle würde ich dann jetzt sogar schon wieder sagen, was es war von der heutigen Folge, viele bis beyond. Mal ein bisschen was anderes. Ich hoffe, die Folge wird nicht zu kurz. Die Aufnahme hat jetzt über zwei Stunden gedauert und ich hoffe mal, das wird jetzt nicht so eine fünf Minuten Folge, wo ich einfach nur Klick, Klick mache und alles ist fertig. Sehen wir dann. Okay, ansonsten würde ich an dieser Stelle jetzt wie schon gesagt sagen, das war es soweit, wenn ihr so gefallen habt. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Okay, tschüss.